Hallo und willkommen zurück. Heute geht es um die Explore Scientific Exos 2 PMC-8 Go-To Montierung. Die Montierung habe ich jetzt verkauft und der neue Besitzer hat einige Fragen. Von daher dachte ich mir einfach, ich mache einfach mal ein Video und passe das mal vielleicht zusammen. Vielleicht ergeben sich da noch einige Antworten zu den Fragen und ihr habt dann sozusagen auch was davon. Ich würde euch kurz die Montierung einmal vorstellen. Was sind die Vor- und Nachteile, was sind die Besonderheiten und Fallstrecke, vor allem beim Einstieg. Und ob ich die Montierung nochmal kaufen würde, erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dran. So, als kurze Zusammenfassung kann ich direkt vorab sagen, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit dieser Montierung hier gemacht. Und ich kann da eine ganz klare Kaufempfehlung aussprechen. Ich habe jetzt relativ viel Ausrüstung von mir verkauft, um mir die ZWO AM5 zu kaufen. Und warum ich das Ganze gemacht habe, erkläre ich nachher. Der Grund, warum ich diese Montierung empfehlen würde, ist halt, die ist besonders kompakt und leicht im Verhältnis zu anderen Modellen. Das zeige ich gleich noch. Für mich war sie immer sehr zuverlässig und wenn jemand so aufsteigen möchte, einsteigen möchte in so einem Go-To-System, wo relativ viel schon automatisiert ist, ist das hier so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und das beste Gesamtpaket, was man, denke ich, immer noch so bekommen kann. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Und ja, wer mehr wissen will, der schaut einfach das Video weiter. Ansonsten, wenn euch das reicht, dass die Montierung gut ist, die ist gut und auf die Einzelheiten gehen wir gleich ein. So, als erstes, warum habe ich damals diese Montierung gekauft? Das sollte eigentlich eine Zweitmontierung werden. Ich habe ja hauptsächlich die Meet LX85 verwendet. Dazu habe ich auch ein Video hier auf meinem Kanal gemacht. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Das hier war eigentlich so als Zweitmontierung gedacht, damit ich nicht zwischen meinen Teleskopen immer hin und her bauen muss, sondern dass ich einfach zwei permanent aufgebaute Systeme habe. Ja, nach und nach habe ich die Meet LX85 immer weniger verwendet, sondern eher die Explore Scientific Exos 2. Wie bin ich jetzt zu dieser Montierung gekommen? Ich habe die Exos 100 besessen. Das ist die kleine Schwester-Montierung. Und ich habe die damals neu gekauft und wollte die für leichte Kamerasysteme verwenden. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin da zum ersten Mal mit den Treibern und Explore Scientific in dem Zuge in Berührung gekommen. Und ich war da relativ angetan von dem Ganzen. Und dachte ich mir, wenn da dieselbe Software und dieselben Entwickler da zum Einsatz kommen, kann das eigentlich nur noch besser werden. Von daher habe ich mir die gebraucht damals gekauft und habe mich da so ein bisschen eingefuchst. Die Vorteile von dieser Montierung gegenüber anderer Montierungen. Wir haben hier einen verbauten Riemenantrieb. Also man muss da nichts upgraden. Hier wird die Kraftübertragung nicht über Zahnräder gemacht, wie bei anderen Montierungen in der Einstiegsklasse, sondern hier werden Riemen verwendet. Man hat dementsprechend wenig Backlash, also wenig Spiel zwischen dem ganzen Antrieb und die Go-To-Funktionalität oder die Anfahrgenauigkeit ist ziemlich hoch. Und das Tracking dementsprechend auch nicht so mehr geglättet, sag ich mal, als mit einem Zahnradantrieb, wo das ein bisschen mehr zickzack die Kurve aussehen könnte. Hier sind auch Schrittmotoren verbaut. Die sind relativ leise oder die sind leise, wie man es halt von einer Montierung von der HEQ5 auch kennt. Das ist für mich auch ein Vorteil, weil ich hier direkt in Nachbarschaft bin, dass das nicht zu laut ist, wenn ich das nachts draußen stehen habe. Schrittmotoren haben auch die Eigenschaften, wenn die irgendwo auf dem Anschlag fahren oder irgendwas kollidiert, die verlieren einfach ihre Schritte und das Ganze bleibt stehen. Da geht auch nichts kaputt. Ein weiterer Vorteil ist, dass in dem Lieferumfang hier zwei Gegengewichte mit dabei sind. Wer schon mal ein Gegengewicht gekauft hat, der weiß, dass das gar nicht so günstig ist und dass das hier in dem Package schon direkt mit dabei ist. Üblicherweise werden die Montierungen halt mit einem Gegengewicht ausgeliefert. Hier hat man zwei. Das ist, denke ich, ein Vorteil. Man hat hier auch direkt auch einen Polsucher, einen beleuchteten Polsucher verbaut. Für Einsteiger auch ein Vorteil. Habe ich nie benutzt. Ich glaube, mittlerweile ist das zuverlässiger, wenn man halt elektronisch einnordet über Software. Aber wer das manuell machen will, hat hier auf jeden Fall noch die Möglichkeit, der Polsucher, der auch beleuchtet ist, der wird direkt mitgeliefert. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass man hier keinen zusätzlichen Adapter braucht oder so. Das ist hier kein PC, sondern das ist die Control Box, wo die Software am Ende drauf läuft. Und die hat einen direkten USB-Anschluss. Also man kann da direkt an seinen PC reingehen und die Montierung ansteuern. Braucht da keinen Serial-to-USB-Konverter oder sowas. Das ist wieder ein Kabel weniger oder eine Fehlerquelle weniger. Die Montierung ist relativ leicht und wenn wir uns hier mal das Gewicht angucken. Ich habe hier mal so eine Übersicht schon für mich gebaut. Hier sind noch viele Montierungen bei, die ich auch wirklich besessen habe. Die einzige, die ich nicht besessen habe, ist die HEQ-5 und die AWX-Montierung und die EQ-6. Die 3 habe ich nicht besessen, alle anderen habe ich besessen. Die AM-3 habe ich auch nicht besessen. Ich besitze jetzt die AM-5 und da ging es auch um die Auswahl bzw. um den Vorteil. Ich habe ja ein permanent aufgebautes System. Das heißt, ich nehme das Teleskop gar nicht ab, sondern ich verkabel das einmal. Ich habe es jetzt auch mittlerweile so gemacht, dass ich relativ schnell zumindest das Teleskop austauschen kann. Dass das nicht zu starr verdrahtet ist, aber trotzdem lasse ich das einfach permanent aufgebaut und trage das ganze System vom Wohnzimmer raus in den Garten und baue das dann dort auf. Was dann relativ schnell geht und wenig Zeit in Anspruch nimmt. Daher sollte das ganze System relativ leicht sein, also inklusive Gegengewichten und Teleskop, dass man das noch tragen kann. Und wenn man eine Pause macht und sich das mal in Ruhe anschaut, dann sieht man schon, dass die Explorer Scientific Montierung relativ leicht ist mit Kopf und Stativ. Die iOptron CEM25 war auch relativ leicht. Die LX85 ist ähnlich schwer und da kommen wir gleich nochmal auf, warum das so ist. Aber zum Beispiel die AWX ist schon deutlich schwerer und die HEQ5 ist auch relativ schwer. Alles noch ohne Gegengewichte. Wenn man sich jetzt hier mein Setup anguckt, einmal hier mit einem 500 Meter Teleskop und einmal mit einem 1000 Millimeter Teleskop hat man hier einmal die Gesamtgewichte, was ich halt tragen müsste, um das ganze zu transportieren. Und da war ich mit 15 Kilo eigentlich ziemlich gut dabei für eine stabile Montierung, die das problemlos tragen kann, das Equipment und auch tracken kann. Bei 1000 Millimetern ist das schon relativ grenzwertig, aber es ging noch. Bei 500 Millimetern ungefähr, halt 15 Kilo, bin ich jetzt umgeschwenkt auf die AM5, die theoretisch noch deutlich mehr tragen kann. Aber dadurch, dass das Gegengewicht entfällt, spare ich hier knapp 4 Kilo. Und ja, das war jetzt der Vorteil, wo ich gesagt habe, okay, ich tausche das einfach mal aus, kaufe mir jetzt eine Montierung, mit der ich alles mache und verkaufe den ganzen anderen Kram. Nichtsdestotrotz war ich mit der Explore Scientific sehr zufrieden. Und die Exos 2 GT basiert auf einer anderen Montierung, und zwar der Meet LX75. Das ist die Vorgängermontierung der Meet LX85. Die LX75, die gibt es in verschiedenen Formen immer noch zu kaufen. Die Explore Scientific selbst, man sieht hier schon an den Anwendungen der Montierung und das Stativ ist relativ ähnlich. Explore Scientific hat hier die Motoren ausgetauscht und die Ansteuerung ist auch eine eigene. Es gibt auch von Bresser eine Montierung. Das ist letztendlich hier die Meet LX75. Bresser ist auch der Vertreiber von Explore Scientific in Deutschland. Hier wieder ein anderer Controller, aber hier sind glaube ich auch Servomotoren verbaut. Und die Mechanik ist sehr, sehr nah an der LX75. Aber jetzt soll es ja hier um die Explore Scientific gehen. Ich habe gesehen, es gibt auch ein Nachfolgemodell. Können wir mal kurz hier reingucken. Das ist jetzt hier die amerikanische oder englische Seite. Hier steht drin, dass das seit 2022 abgekündigt ist, das Ganze. Aber es gibt ein Nachfolgemodell und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil man hier kaum einen Unterschied erkennt. Außer, dass die neue Montierung Bluetooth hat. Ich nehme an, die werden hier diese Controllerbox etwas aktualisiert haben. Vielleicht sind da ein bisschen stärkere CPUs drin. Aber hier läuft kein Betriebssystem und so weiter. Es ist wirklich nur die Steuerungssoftware der Montierung. Ein weiterer Vorteil sind die Treiber und der Support. Also damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn man auf die Explore Scientific Website geht, hat man Zugriff auf die ASCOM Treiber. Hier auf diese Handy-App, mit der man die Montierung auch über das Handy steuern kann. Und auf die Firmware. Da gibt es ein zusätzliches Tool, mit dem man die Firmware updaten kann. Und auch die Eigenschaften der Montierung verändern kann. Also man kann hier relativ tief eintauchen, wenn man das will. Das funktioniert wirklich sehr gut. Und das Ganze ist hier auch noch, was ich für einen sehr großen Vorteil sehe, auch noch wirklich in der Entwicklung. Ja, wenn man irgendwie Hilfe braucht, gibt es auch ein Forum, wo man sehr gut geholfen wird. Und wo auch wirklich, wenn Bugs oder Fehler gefunden werden, auch wirklich daran gearbeitet werden. Also ich war in einem Beta-Test mit drin. Habe, sag ich mal, im Beta-Test einen Fehler gefunden. Habe denen das geschickt und die haben sich dann wirklich ein, zwei Tage Zeit genommen und haben versucht, diesen Fehler bei sich nachzustellen und konnten den dann auch nachstellen. Und das sehe ich jetzt schon mal als sehr gute Eigenschaft an. Wenn sich versucht, jemand wirklich in die Probleme anderer hinein zu versetzen und versucht, die auch zu lösen. Das machen andere Hersteller anders, wo die ganzen Treiber teilweise gar nicht mehr von den Herstellern selber programmiert werden, sondern von irgendwelchen Communities. Das ist hier auf jeden Fall anders. Also man hat sich auf jeden Fall immer gut aufgehoben gefühlt und man sieht, also da sind die aktiv in Entwicklung bei den ganzen Softwarekomponenten, die da bereitgestellt werden. Ein Vorteil, weswegen ich vorrangig hier diese Montierung verwendet habe und nicht mehr die LX85 von Meet ist bei der Meet. Ich habe das auch schon bei anderen Montierungen gesehen, also vor allem bei älteren Montierungen, dass immer zwingend ein Star-Alignment nötig ist. Also man baut die Montierung auf, lautet das Ganze ein, schaltet das Ganze ein und dann möchte die Montierung, dass man irgendwie das Ganze an den Sternen ausrichtet. Und das kostet halt Zeit. Ja, bei der LX85 fährt man einfach blind irgendwelche Sterne an und kann dann am PC das Ganze übernehmen. Wenn man das alles nicht machen würde, würde die Montierung halt, wenn man zu irgendeinem Objekt hinfahren würde, erstmal in eine falsche Richtung fahren. Also man muss vorher ein Star-Alignment bei der LX85 machen. Hatte ich auch in meinem Video beschrieben. Ich habe auch eine Montierung von Celestron, aber eine AZ-Montierung, da ist das auch nötig. Also man kommt gar nicht im Menüpunkt weiter, wenn man nicht vorher ein Star-Alignment macht. Und ja, das ist aus meiner Sicht eigentlich nicht nötig. Die Montierung hier benötigt es nicht. Man bringt hier alles auf die Home-Position, schaltet das ein, nodet das ein, fokussiert noch sein Teleskop und dann kann man eigentlich schon am PC Remote das Ganze steuern. Und das Star-Alignment entfällt durch das Plate-Solving, also indem man eine Bildaufnahme macht und der Computer weiß selber, wo er gerade das Teleskop am Himmel hin zeigt. Von daher ist hier der Workflow auch relativ schnell. Und ich war relativ schnell in der Lage, die Montierung aufzustellen und erste Aufnahmen zu machen. Was für mich dann auf jeden Fall große Zeitersparnis ist. Wo viel Licht ist, ist ja natürlich auch Schatten und es gibt einige Nachteile, denen man sich bewusst sein sollte, bevor man sich hier für diese Montierung entscheidet. Und für mich der größte und eigentlich auch der einzige Nachteil, aber ich habe ja noch mehr, die vielleicht bei euch mehr ins Gewicht fallen, der größte und schwerwiegendste Nachteil ist eigentlich hier oben dieser Deckmotor, der hier an der Drehachse mit dran ist. Ja, also Wissende wissen das wahrscheinlich, wenn hier oben das Ganze hier noch mit dem zusätzlichen seitlichen Gewicht dran ist, ist die Belastung hier oben nicht symmetrisch. Und wenn man versucht, das Ganze auszubalancieren, hier oben in der Deckachse, das ist schwierig bis teilweise nicht möglich. Man hat hier immer eine unsymmetrische Belastung. Man kann versuchen, irgendwie das alles auszugleichen, aber man kriegt eigentlich keine symmetrische Belastung hin. Also wenn man das versucht auszubalancieren, dann geht das an bestimmten Punkten. Wenn man das Ganze dann um 180 Grad dreht, dann funktioniert das alles schon nicht mehr. Von daher, ja, das ist eigentlich der größte Nachteil im Tracking, konnte ich das nicht unbedingt sehen. Also es ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber wenn jemand Sachen schön gut ausbalancieren möchte, ist das auf jeden Fall keine Hilfe. Was vielleicht auch noch ist, ist, dass hier keine interne Verkabelung ist, aber das ist bei günstigen Montierungen eigentlich immer so, dass die Verkabelung außen lang geht. Mich hat das jetzt nicht direkt gestört, aber das ist auch nochmal eine Eigenschaft, dass hier die Kabel halt außen lang geführt ist, ob man das schön findet oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall funktional und robust. Ein weiterer Nachteil ist die Mechanik hier unten für die Einladung. Die ist nicht ganz so robust ausgeführt und nicht ganz so schön wie zum Beispiel bei der Miet. Das Knöpfchen hier sind alle relativ klein, sag ich mal. Und hier hinten hier diese Rennrädchen da mit den Zapfen da dran. Wenn es kalt draußen ist, es lässt sich alles einstellen oder es funktioniert auch. Kann man ausprobieren. Also man kriegt das alles relativ genau eingenodet. Aber ja, die Miet war auf jeden Fall besser und die AM5 ist auch nochmal deutlich besser. Ganze ist auch aus Metall. Also wenn man hier ohne Handschuhe in der Kälte arbeitet, frieren auch relativ schnell die Finger. Also Plastik ist da nicht immer ein Nachteil. Dem muss man sich halt bewusst sein. Aber das ist jetzt, das ist kein Beinbruch. Der nächste Nachteil ist, dass man hier auch keinen Handcontroller hat. Anders als bei der Miet oder bei allen anderen Montierungen setzt hier Explore Scientific auf die Anbindung einer App. Und da würde ich gleich drauf hinweisen, dass man diese App am besten komplett ignorieren sollte. Auch das ganze WLAN. Ich habe ja hier die ganze WLAN Antenne direkt abgeschraubt und nicht verwendet. Man hat keinen Handcontroller. Man kann das Ganze dann aber über den PC steuern, so wie ich das auch immer gemacht habe. Das ist jetzt kein Beinbruch. Man kann die App verwenden, aber ich denke, man hat mehr Probleme bei der Installation mit der App oder die App in Betrieb zu nehmen und die zu verwenden, als wenn man das direkt über den PC macht. Also von daher würde ich euch empfehlen, das gleich getrost beiseite zu lassen und direkt die Anbindung am PC zu verwenden. Und dann hat man da auch ein Gerät weniger, was da rumbaumelt. Habe ich jetzt wirklich auch nicht als Nachteil gesehen. Aber wenn jemand vielleicht mobil unterwegs ist und vielleicht keinen Laptop verwenden will, sondern mit einer Spiegelreflexkamera da irgendwie fotografieren will, kann das ein Nachteil sein. Die App kann man zur Not verwenden. Ich kann das allerdings nicht empfehlen. Kommen wir mal zu den Besonderheiten der Exos 2. Zum einen ist es der Treiber. Was ihr wissen müsst, bevor ihr die ganzen Sachen am PC in Betrieb nehmt, zum Beispiel mit NINA und PHD, ist, dass der Treiber nur ein Client verwalten kann. Das heißt, wenn sich hier NINA mit der Montierung verbindet, wird es einen Fehler geben, wenn ich dann PHD auch mit der Montierung verwenden will oder vielleicht noch eine dritte Software. Wenn ihr ASCOM installiert und die entsprechenden ASCOM-Komponenten, gibt es eine Komponente, das ist der ASCOM-Device-Hub. Und mit dieser Komponente, die starte ich jetzt einfach mal. So, hier ist der ASCOM-Device-Hub. Mit der Komponente ist es möglich, verschiedenste Geräte zu betreiben. Es funktioniert jetzt ja wirklich als Hub. Kann sich über diesen Device-Hub auf die Montierung connecten und dann parken, die Montierung steuern. Also hier ist sozusagen die Fernbedienung, den Handcontroller, den man so nicht hat, ist dann sozusagen hier. Kann ich hier die Montierung ansteuern und auch in verschiedenen Geschwindigkeiten kann das Tracking ein- und ausschalten. Und das funktioniert in der Praxis ziemlich gut. So, wenn die Montierung hier verbunden ist, kann ich auch in NINA, anstatt hier die Montierung auszuwählen, mir hier diesen Device-Hub auswählen. Das gleiche macht man dann auch im PhD und dann hat man das Umgang, dass der Treiber von Explore Scientific nicht Multi-Client fähig ist und verwendet dann sozusagen den Device-Hub an dessen Stelle. So, die zweite Besonderheit ist nochmal die Einrichtung des Treibers. Da kann es auch zu Schwierigkeiten kommen und man ist dann erstmal frustriert, wenn das Ganze nicht funktioniert. Und zwar, wenn ihr die Einstellungsseite des Treibers öffnet, steht die am Anfang hier auf Wi-Fi und TCP-IP. Man stellt das Ganze dann erstmal um auf Enable Serial Port und dann könnt ihr die Montierung auch über ASCOM ansteuern, also euch damit überhaupt erstmal verbinden. Also, wenn ihr da am Anfang Probleme habt, euch mit der Montierung verbinden zu können, könnte das dann hieran liegen, dass das hier vielleicht noch auf Wi-Fi bzw. TCP-IP steht. Wenn ihr das Ganze hier auf Serial umstellt, Enable Serial Port, sollte das dann funktionieren. Ihr wählt euch dann hier eure Montierung aus, die ihr dann habt. Und wenn das Ganze angesteckt ist, ich habe die Montierung ja nicht mehr, taucht dann hier auch der entsprechende COM-Port auf, über die ihr euch dann verbinden könnt. Was noch wichtig ist, ist eure Position. Die könnt ihr dann hier in dieses Fenster eintippen. Eintippen. Wichtig ist hier die Verwechslung zwischen Punkt und Komma. Also, ihr nehmt, glaube ich, hier sogar ein Komma an. Genau, ihr nehmt beide Zeichen an, akzeptiert aber nur, ich glaube, Punkt. Und ja, wenn ihr eure Koordinaten hier eintippt, das Ganze damit OK bestätigt, löscht ihr das dann wieder raus. Und ihr seht das dann erst wieder, wenn ihr da wieder reingeht, dass ihr das gar nicht akzeptiert habt. Das hat bei mir auch zu ein paar Fehlern geführt. Ich glaube, ihr müsst hier einen Punkt anstatt einen Komma verwenden. Ansonsten übernimmt er die Werte nicht und die Montierung weiß nicht, wo sie gerade ist. Kann ebenfalls zu fehlern führen. Ja, das waren eigentlich so die Fallstricke, in die man rein stolpern kann. Es gibt auch noch so ein Konfigurationstool, da kann man so Startparameter festlegen, dadurch, dass man keinen Handcontroller hat, wie die Montierung sich verhalten soll, wenn sie stromlos wird und man steckt alles wieder rein, welche Grundparameter sie annehmen soll. Das ist auf jeden Fall teilweise sehr praktisch. Da gibt es auf jeden Fall noch tiefergreifende Optionen. Genau, das soll es dazu gewesen sein. Ich kann die Montierung auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich würde sie mir auch wieder kaufen, wenn ich da so ein eingeschränktes Budget hätte, würde das auf jeden Fall meine engere Wahl treffen, allein wegen dem Gewicht. Und meine Erfahrungen, die ich damit habe, sind auf jeden Fall sehr positiv. Der Schritt vom SkyTracker zu so einer Montierung, das sind noch ein paar hundert Euro, aber der Gegenwert, den man hier bekommt, ist wirklich sehr, sehr groß, denke ich. Und man kann ja schon sehr, sehr viel dieser Montierung machen. Ich habe mir immer treue Dienste geleistet. Ich hoffe, der neue Besitzer ist damit auch zufrieden. Und muss ich mal gucken, wann ich hier meine neue Montierung in Betrieb bekomme. Es ist ja seitdem dauerhaft bewölkt. Aber nichtsdestotrotz, klare Kaufempfehlung von mir. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Solltet ihr Fragen haben oder vielleicht selber diese Montierung besessen haben oder vielleicht habt ihr noch weitere Tipps, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.